Jans und Herzlich Willkommen zurück zu Ready or Not. Das neue Update ist draussen und wir springen gleich ins Spiel hinein. Let's go! So. Da sind wir nun also. Update 1.0 ist draussen. Mit sehr vielen Neuerungen. Ich bin gespannt. Ich habe das Ganze noch nicht angeschaut. Von daher gehen wir einfach gleich in die Einzelspielkampagne hinein. Und schauen uns das Ganze mal an. Training, Training Commander. Wir starten einfach mal direkt ins Training hinein. Ich hoffe, ich kenne die Stellung noch. Es ist lange her, dass ich das letzte Mal hier gespielt habe. All right. Locken Eamon. Richtig nice, so jetzt mit einem Tutorial Training Ziemlich cooles Detail, dass die Waffen blau sind Hold Shift to Steady Aim Candid Weapon Stance, press 0 Toggle your weapon attachment, use the laser for better shot placement The LSPD Armory has a bunch of approved attachments to outfit your weapons, more on that later Right now, let's see if you're warmed up enough to pass one of our drills It'll be targets under part time and you'll get your name on the leaderboard Three, two, one, threat! War das gut? Ich hoffe es Good, now it's time for some deployment practice Grab a few flashbangs from the table Go ahead and throw them through the open windows If you need more, they are in the case to your left Flashbangs from the table Shit Shit Ja gut Das ist das mit der Handsiedlung Das finde ich ein bisschen Speziell halt Kann man jetzt glaube ich auf den oberen Finger schauen Es wurde ja im Spiel vorher nie gesagt, wie man das genau mit dem Ziel machen soll Ich glaube der linke Finger ist ungefähr da wo man sie entschiesst Oder wirft Oder wirft Ich glaube ich habe es draussen Noch kurz Minuten und alles nachladen Beware of Threats Mirror block Springen setzen, weil kann man alles open door While looking at the handle for any unlocked door, press F to peek, opening the door slightly While looking above the middle section of any unlocked door, press F to open Ja wissen wir Die Tür ist lock Someone's idea of a joke Go ahead and breach the door As you know, you're a SWAT Element Leader While your team is prepping, let's go over some commands you'll be issuing Alright, now your team is prepped and loaded Issue a command to have to Stay on me Right with you Now order them to stack Element Split and cover Stacking Eine grosse Erneuerung dieses Updates ist ja die KI Vor allem der SWAT Einheit Und da bin ich ziemlich gespannt darauf Weil ich spiele das Spiel meistens Oder öfter als Öfter im Singleplayer als im Multiplayer Und daher bin ich gespannt wie das Ganze sein wird Was ist ja die Okay So 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 We need to detain and control everyone, until we can sort out Suspects from Civilians. Now move through the next door. Alright. When possible, scouting the room before breaching, I can give you the upper hand by showing you where the threats are. The OptiWand is a camera you can slide under the bottom of the door to get a clear view in the next room. No more than the OptiWand. Kennen wir ja auch schon. Okay, wird mir jetzt interessanterweise hier nicht angezeigt. Ready. Equip OptiWand, point at the bottom of the door and hold the left mouse button to see what's on the other side. Hab ich eigentlich getan? Aber wir sehen nicht die andere Seite der Tür. Alright, ich glaube, das ist hier gerade ein Bug. Achso. Gut, man soll vielleicht lesen. Hat er nicht ganz unrecht. Ich gehe mal hier hin. Allbereit. Go, go, go. Gut. Ich sage auch immer, wie im Training. Und er ist dann richtig geschießen. Okay, warte. Okay, wir sehen nichts. Da ist eine Kiste. Dann würde ich sagen... Ach du Scheiße, es gibt viele neue Sachen. Einmal Clear mit... Ähm... Anführe. ... Alright, da hat die Kaine Waffe dabei. Split team. Use mousewheel and mousewheel down to select and command different elements of your team. Äh, door number one. Okay, das finde ich cool. Das finde ich eine coole Neuerung, dass er sagt, welches Team er auswählt. Weil sonst müsste man immer rechts unten schauen. Ich finde, man erkennt es auch nicht immer so gut, welches Team welche Farbe hat. Ähm. Die. Okay, with the comment menu open and hold left shift. To cue the comment open and clear with flashbang. Okay, das wusste ich nie, dass man... Ich wusste, dass man, ähm, die Teams splitten kann. Und eigentlich zusammen... ...einen room clear konnte. Aber nicht, wie das genau funktioniert, weil das nirgends... ...gesagt wurde, oder... Alright, ich bin beim... ...roten Team. Comment element gold team and execute. Move. Okay. Wusste ich nicht, dass das so funktioniert. Wenn niemand ihn Kaff Kaffeechen halt. Ich sehe gerade übrigens, dass ich voll über dem Menü bin unten rechts. Aber ich glaube, das spielt jetzt nicht so eine grosse Rolle. Good job. Now you secure the area. Find a report. Find a report. I have to report any evidence that you find. Haben wir, glaube ich, alles mitgenommen und gefehlen. Hands up now. Drop to your knees. Harte Backspace. Find your hands up! Ähm, ja. Boot. wir haben eigentlich alles sehr cooles intro muss ich sagen finde ich cool die neuerung hier ich bin bereit wir können gehen ab zur bearcat sehr cool neuerung training completed ja dann würde ich sagen war es das erstmal hier mit dem training wir gehen gleich weiter in der nächsten folge in die erste mission hinein und dann geht es los mit ready or not 1.0 die final version könnte man sozusagen sagen ja updates werden sicherlich kommen aber ihr wisst schon wie ich das meine ähm ja let's fucking go in der nächsten folge danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal 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 bis zum nächsten mal